Die eigene Küche tapezieren. Für den 19-Jährigen Haben und seinen Freund Arvid aus Eritrea ein gutes Gefühl. Seit einem Monat wohnen die beiden Flüchtlinge jetzt im Haus von Martin Patzelt. Der Bundestagsabgeordnete aus Frankfurt-Oder hat die beiden aufgenommen, weil er selbst etwas tun will und weil er sich Sorgen macht wegen der Skepsis und der Ablehnung, die vielen Flüchtlingen entgegenschlägt. Patenschaften, Herberge geben, Begleitungen, Einladen. Wenn wir diese kleinen Brücken, damit Flüchtlinge ein Gesicht und einen Namen bekommen und aus der anonymen Masse der sogenannten Asylbewerber oder Flüchtlinge herauskommen, dann bauen wir auch Polarisierung ab und dann bauen wir auch Feindseligkeiten und Ängste vor allen Dingen, die die Menschen haben, ab. Wenn das immer mehr Menschen tun, wie ich das jetzt auch beobachten kann in Deutschland, dann sind wir auf einem guten Weg. N. Das ist ein großes N. Wörter mit N sind heute das Thema. Mir fehlt das Wort Nase. Nase. Nord. Nord. Deutsch lernen ist für Haben und Arbeit erst einmal das Wichtigste. Dabei hilft ihnen Sigrid Bogay. Überreden musste Patzel die pensionierte Sprachpädagogin nicht, die beiden zu unterrichten. Was mir besonders gut an ihnen gefällt, dass sie so viel Lebensfreude ausstrahlen. Und dadurch macht es mir auch viel Spaß. Neben dem Sprachunterricht ist es Patzelt wichtig, dass die Flüchtlinge etwas zu tun haben. Dafür nutzt er seine Kontakte in die Wirtschaft. Doch Firmen zu überreden, Asylbewerber als Praktikanten zu beschäftigen, ist schwer. Am Bedarf mangle es nicht, berichtet Markus Zablata, Patzels Mitarbeiter im Abgeordnetenbüro. Er hat mehr als 20 Unternehmen abtelefoniert. Viele sind skeptisch, vor allem wegen sprachlicher Hürden und ob die Flüchtlinge es auch schaffen, sich schnell einzuarbeiten. Solche Vorbehalte bestärken Patzelt in seiner Überzeugung, dass es wichtig ist, etwas zu tun. Wir leisten hier ein bisschen Pionierarbeit. Ich glaube eine dringend notwendige und eine sinnvolle Pionierarbeit. Und können mit den Erfahrungen dann wiederum andere nutzen, die ähnliche Wege gehen wollen. Einer von fünf Flüchtlingen, denen Patzelt bisher in Praktikum vermitteln konnte, ist Ciprian aus Kamerun. Er ist Elektrikerhelfer im Handwerksbetrieb von Jörg Bredow. Der würde ihn auch einstellen, wenn die rechtlichen Voraussetzungen geklärt sind. Das hätte man selber nicht erwartet, dass sie so mit Spaß und Freude dabei sind und auch vor allen Dingen mit Einginitiative. Auch die beiden Eritreer haben mittlerweile Beschäftigung gefunden. Arvid hilft in der Gemeindeverwaltung und haben, fängt nächste Woche ein Praktikum an, im Supermarkt gleich nebenan.